mal gezahlt von der gemeinde jetzt habe ich mich woanders hingelegt ist ja sowieso mittlerweile auch im wii live nehmen wir so die gemeinde zeigt auch kaum noch was nummer hoch als der stadt der unterstützt hast du nämlich nummero drei tja er liegt einfach auf der brücke da kommen jetzt gas und es geht schon wieder los wer hat es vermisst ich habe es nicht vermisst und es geht schon wieder los hast du mich du hast mich gerade weggeschoben zu haben ja ich habe dich hinten mitgenommen ich hatte es sogar ich konnte nicht mehr als das gewesen habe schminkt schminkt riesig schminkt riesig auch digga die steine normal was sind hier los Wie viel haben wir? Kannst du gleich mal in der Appletze mal gucken, wieviel wir Informante haben? Ja, warte. Nein, 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 schon wieder viel zu schnell. Ja, war ne Frage. Allein die höhere Motorausführung mit GPS und alles kostet noch ein bisschen mehr, als was wir auf dem Konto haben. Na cool, wir kriegen ja auch nochmal 50k für den Fendt oder so. 70 sogar? Digga, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt nur auf 67. Digga, das gibt's doch nicht. Jetzt nur noch 67. Joa, mei. Wir müssen überlegen. Ach, Digga, ich bin so deppert. Fettschöner ist daher. Imagine. Ja, ohne Scheiß. Drehst du mir fertig. Ah, Krambe, Krambe. Krambe liegt schon wieder. Meine. Ja, du, du Müll schließt noch einen Hupen. Ah, schon. Mal lieber. Sif. Sif. Nein, nein. Ach, Digga. Ich hab mich jetzt innerhalb von einer Fuhre dreimal hingelegt. Hab ich mal Stefan Neuland dran? Alter. Hast du's nur noch, ne? Ja, wenn du nicht zufährst. Langsam. Ich hab's gewusst. Krambe ist durch. Schön ist. Ach, das ist's selbe. Danke. Was war denn da? Da war nix. Das war requirements. Mw auf eine letzte Chance, nur 26 Zorn.